hallo und willkommen zurück zu void world so heißt die serie richtig ich war gerade etwas irritiert weil ich habe gerade mal ins questbuch geschaut und wollte mal gucken so ja haben wir schon hier gemacht was haben wir denn jetzt beim reaktor noch offen und dann bin ich darauf gestoßen dass wir hier 640 gelorium haben sollen damit wir ihn füllen wir haben aber gemerkt bei 120 ist er schon voll dementsprechend bin ich mir nicht ganz sicher was die mir sagen wollen aber irgendwo haben wir anscheinend ein quest mit unclaimed reward den suchen wir jetzt mal schnell das nämlich ehrlich gesagt nicht wo da war alles ja dann werden wir mal kurz zurückfliegen mal kurz rechnen ob wir überhaupt genügend gelorium haben dass wir uns diesen schmarrn leisten können also die die diese 640 ich meine im prinzip wir brauchen sie einmal und danach nicht mehr das ist das gute aber naja 80 meter 86 92 ja 92 reichen da kommen wir dann jetzt auch wirklich überall ran so also jählorium kosten 65.000 emc einmal kurz den rechner ausgepackt 65.36 um genau zu sein mal 640 sollen wir haben sind 41 millionen emc ich glaube wenn ich mir die crystal angucke ne nicht die die hier haben wir das gerade so also ja es geht das gute ist wie gesagt wir brauchen sie nur kurzzeitig dementsprechend können wir die booster hier mal reinpacken werden wir das machen aber nicht bevor wir mal kurz unsere crafting cpu's erweitern weil das nervt mich jetzt schon etwas dass wir ihr die ganzen größeren sachen nicht machen können eh da was ist denn das das ist coprozessor das ist 16k also hi lara das tschuldigung nein hier dürfen sie nicht gucken nein das ist interner bereich setzen sie sich bitte wieder hin ähm ja werden wir mal eine 64k crafting ding machen die wir noch gar nicht haben gib mir mal drei davon boah ist das toll wie schnell das geht ähm und dann einmal zum pattern 64k storage component mal gucken was fehlt das ding in der mitte was war das ding in der mitte quats glas quats glas ist hier dann hätten wir da das pattern für für das 64k ding dann hätte ich da gerne wenn es geht drei dann vielleicht nur eins wenn es geht noch eins wir brauchen paar calculation processor nicht so schlimm dann machen wir das so crafting unit gehen wir noch hin wunderbar dann haben wir jetzt hier einen 64k den unten anschließen können bist du crafting co-prozessor liessen wir es da an dann haben wir dazu nur einen co-prozessor aber dafür viel rechenleistung und dann können wir jetzt jählorium ne 1000 war ein bisschen viel 100 cool und 100 sind wie viel 25 das heißt wir können beim anderen könnten bei der cpu 1 welche auch immer mehr machen 200 auf einmal ja wir brauchen mehr von diesen kalkulieren also fehlt nur ein kalkulation oder was und logic kalkulation war zertus glaube ich das war das christliche ok das heißt wir machen hier mal 100 sieht aber gerade dabei sind wir mal da auch 100 oder nicht immer die man mit kurz nachschauen dass wir hier nicht noch welche drin haben das sind präneer quarts ok das system haben ja noch drüben stehen ich hoffe dass das noch energie hat aber ich glaube es hat er noch energie ja sie gut aus dann schmeißen wir die man hier rein da sind die anderen jetzt habe ich die wir eingesammelt und den hebel habe ich mitgenommen super dafür habe ich einen hebel damit ich ihn mitnehmen so besser und dann wollte ich gucken wie die direkt drin ist da sind nämlich ein paar so schön und dann wollen wir noch gold wollen wir noch gold moment mal ich glaube das ist fast schneller wenn ich das hier raus nehmen zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun und dann haben wir hier noch hier lorium die 100 perfekt beim quest erledigt quest buch power plant hier und wir kriegen noch mal 60 bm oder auch nicht weil ich kein inventar platz habe haa not so bm bm jetzt aber sehr schön gut haa not so bm ich glaube das ist ungefähr der quest den wir ganz am schluss machen werden ich wenn ich mich richtig erinnere war das so der letzte quest den man macht so hat das packen jetzt alles wieder zurück damit wir hier wieder ein bisschen was zur verfügung haben und serie fertig klappt noch nicht ganz noch eine runde äh gold richtig ne nicht lorium gold ding 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 und gold sollte da rein und dann brauchen wir logischerweise auch mehr silikon ja mehr silikon ich möchte da noch was anders machen wenn wir gerade dabei sind so also silikon redstone schön ist gut ich kann mir hier schon mal reintun noch so ein kraften die sollten jetzt fertig sein ja wo sind die anderen sieht's was sind die jetzt hin ah leicht daneben gefallen ganz leicht ich sehe sie immer noch nicht da das gute ist dass sie ja nicht die spawnen ne kommt auch da rein so müssen wir da noch ein bisschen warten und können wir uns dabei überlegen wie wir weitermachen ich meine der reaktor wäre schon ganz nett hier automatisierte reaktor der reaktor wird power erzeugen und treibstoff verschwenden selbst wenn äh der buffer voll ist und eine möglichkeit den anzuhalten ist den power monitor und redstone port hinzufügen und dass er den sich selber ausschaltet wenn er voll ist ähm und es äh kann eine coole idee sein dass ich äh sicher bin äh sicher stelle dass ich nicht äh von der kühlen mit flüssigkeit getroffen werde während ich das mache klingt nach dem plan so hier kann ich leider nicht craften das ist sehr schade ich hätte gern ein wireless crafting terminal das wäre toll aber das gibt es glaube ich nicht das ist ein anderer mod der das macht den haben wir leider nicht drin das wäre fast nur eine idee den reinzunehmen aber ne ich ändere nichts an dem ding so dann müssen wir jetzt doch mal rüberfliegen für die neuen sachen die wir noch nicht kennen so also nochmal nachlesen wir brauchen power monitor insulated redstone conduit und reactor redstone port also power monitor hier braucht ein viel zeug was ich nicht kennen insulated abding wiederum benötigt das conductive iron und cp und cp nur conductive iron und aber haben wir energy conduits die ich auch direkt hätte mir nehmen können ja vielleicht einfacher gewesen äh 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 gott insulated redstone conduits redstone alloy redstone alloy redstone alloy ok insulated redstone conduits kann man lernen sehr schön dann comparator glaube ich hatten wir schon mal oder bin mir recht sicher dass wir den irgendwie immer hatten dann halt nicht dann baue ich ihn halt nach pf ist mir nur wurscht torch ein redstone comparator jetzt haben wir aber definitiv gelernt ja das gegenteil behauptet lügt und was war da oben noch electrical steel und silicon so macht eine conduit kann wird prob so lernen wir auch mal und dann das ganze so mit einem äh erstes ding machine chassis ist ein power monitor für den fall dass wir den auch nochmal wollen bäm ist das toll die kombination so power monitor haben wir jetzt sollen wir nochmal insulated irgendwas das holen dann machen wir einfach mal welche und was ah craften aha dann halt anders redstone alloy dann craften halt nochmal eine runde so jetzt aber glücklich glücklich schön dann reaktor redstone port der da haben wir auch schnell wunderbar dann nehmen wir die energy conduits und als nächstes weil wir gerade dabei sind können wir einen cyanide reprocessor bauen cyanide re ding ist da also auch mit anderen worten das ding er braucht noch ein paar reaktor casing und was noch ne hier haben wir ein fuel rod die fuel rod habe ich tatsächlich nicht gespeichert war gut halt selber und redstone dass man redstone sich immer holen muss ist echt nervig so so ein cyanide reprocessor was jetzt soll man ein bisschen plutonium machen mhm ist schon recht und bei too much power vibrant capacitor bank mhm wie brand sie haben sie hat im c wir müssen nur eine bauen wir haben noch kein octetic capacitor gebaut capacitor double layer haben wir welche dann machen wir hier mal ein paar double layer block of emerald und vibrant vibrant und block of emerald teuer aber hilft nichts so das ergibt einen octetic capacitor ich bin mir ganz sicher den wir irgendwo auch noch brauchen für irgendwelche anderen sachen hier irgendwo bei technical oder sonst was da craft 5 double layer wir craft mal kurz 5 double layer basic 10 energetic 10 und redstone block irgendwas redstone ok den habe ich basic 10 alloy künstliche ausgehen also double layer das war in der mitte das ding 1 2 3 4 glaube ich brauchte ich noch hat perfekt und jetzt darf ich tausend octet er ist ist recht ein enchanter mhm tausend es ist es es hätte ja einer reicht mir jetzt erstmal ich glaube ich habe ihn gespeichert um sicher zu gehen ja passt ja passt ähm ich brauche jetzt 4 stück davon octetic noch 3 und ein vibrant crystal den den ich tatsächlich auch noch nicht habe den ich tatsächlich auch noch nicht habe was ein emerald und also ein nuggets ist also nuggets kriege ich ziemlich schnell und emerald sollte doch dann auch möglich sein den zu bekommen dann haben wir ein vibrant crystal sehr schön und mit dem ganzen können wir jetzt hoffentlich wenn wir noch ein bisschen electrical steel machen und einen vibrant capacitor bank holen die ich direkt speichern werde oh gott wie viel sollen wir da herstellen 64 oder es ist vor allem consume mit anderen worten so schnell nicht ruhig die jetzt hin dann gelassen immer kurz darum mal rechnen 64 39 28 mal 64 sind wieder besagte 41 millionen emc also mit anderen worten wir hätten die energie für aber nööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö es reicht erst mal wir gehen jetzt hier mal rüber ein bisschen zeit haben wir noch und speichern mal in unserer tollen energy dingens da die wir jetzt gerade gekraftet haben das ganze mein thema weg weg damit man wieder sieht gut gut funktioniert nicht weg so hier einmal einen reaktor redstone port bei dem ich jetzt irgendwie erwartet hätte dass er nach oben geht pick a setting im prinzip kann ich den reaktor anlassen ihn nur setzen oder nicht setzen also weil wie auch immer schon mal gleich das ganze machen wir mit diesen dem dingen star damit ich weiß wo das ganze ist machen wir das so so ein power tab wäre noch cool damit ich an die energie komme ich weiß gar nicht wo der ist offiziell offensichtlich nicht habe ich hier überhaupt ein power tab eingebaut der ist da vorne oder da war einmal kann es sein dass ich diesen power tab verloren habe wahrscheinlich wird dann kommen wir noch ein power tab sonst wird das nämlich nix nö 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 fliegen die zeit so kommt vorwärts und war victory oder so ein nicht nur den power tap stimmen direkt hierhin wenn wir hatten noch mal irgendwie das ding mit dem wir items austauschen ich habe mein power tap gefunden scheiße wie auch immer da hin und den vibrant capacitor bank stellen wir dahin so und die energy conduits packen jetzt mal so hin input nicht da der reaktor ist kein gültiger reaktor offensichtlich wieso das denn jetzt schon wieder eventuell weil dieser redstone port nicht da ist wo er sein muss wäre jetzt meine erklärung schauen wir mal nicht etwas anders einsatz ja es ist wieder ein reaktor und das ding fühlt sich okay gut dann anders ist ja nicht so als ob wir nur eine möglichkeit hätten dann setzen wir das ganze hier in die luft da drunter genau also hierhin kann jetzt etwas dauern etwas länger dauern als ich dachte so und hier kommt ein power redstone port genau zählt das immer noch als reaktor ich glaube ja ja okay cool dann kommt da drunter der power monitor der tatsächlich strom hat mode none side south ja muss der an ein conduit angeschlossen sein ich glaube fast ja capacitor bank da passt okay und jetzt möchtest du redstone signale ausgeben nach dahin okay mit signal wenn storage lässt denn 75 prozent voll ich hätte jetzt gesagt da machen wir mal in 25 draus und 100 prozent ja 99 hier rum da ist ein schneemann minus 1 rf okay der ist jetzt bei okay wir müssen das anders testen ich komme da nicht gescheit hin also nochmal das ding soll ein signal ausgeben wenn weniger als 25 prozent voll ist und bei also ja jetzt bei 75 prozent auf oder mach mal 80 prozent aufhören okay passt storage ist 25 erhöhen wir mal die zahl 50 dann sollte jetzt ein redstone signal ausgeben kommt auch raus das ist ja schon mal was sehr gut ich kann ich auf sammeln dann kann ich nämlich hier im podest bauen wo ich mich drauf stellen kann wenn ich es nicht eins zu hoch gebaut hätte das nicht gleich auch noch eins zu hoch gebaut hätte so jetzt aber so also du ding set from signal ne set from signal while on 100 prozent und while off 0 prozent okay cool dann machen wir den jetzt mal an passiert aber noch nichts weil die control rods nee weil die komplette energie hier rein nee weil 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 aber es ist doch ein signal ich bin mir ziemlich sicher dass das ein regional ist color signal color red ne du sollst nie okay moment du bist in out okay color green das ist doch vollkommen wurscht die farbe macht doch gar nichts da red okay ja jetzt wäre es halt interessant zu wissen wann er an ist oder nicht sieht man halt irgendwie nicht ah jetzt jetzt war er an okay das heißt der hat nicht ausgegeben vielleicht aber auch doch weil jetzt 80 gibt es jetzt was aus nö warum nicht side down ja ja nee das hilft mir nicht weiter wo willst du dein signal ausgeben lieber power monitor hast du vielleicht eine vorzugte seite für dein signal das müssen wir jetzt noch kurz rausfinden ding 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 power monitor kann nämlich sein dass der nur nach hinten oder so ausgibt oh wieso gibt er jetzt jetzt hat er doch gar kein signal wieso ist er jetzt an ohne signal du bist doch komisch okay wir machen das anders input enable disable jetzt ist er disabled okay das passt ja schon mal und mein zweck es muss ja ein irgendwas dazwischen sein ein conduit so also wenn storage das ding ist natürlich jetzt komplett voll sehr toll laden wir mal er hat sich zumindest ein bisschen das problem wenn man ein storage hat was zu voll ist das habe ich auch nicht oft in control mit wenn weniger als von ok jetzt da ging aber jedenfalls gab es an ok also das heißt das ging gerade dann dann stellen wir es nochmal auf in der hoffnung dass es geht mit an aus ist nämlich gut möglich dass er einfach das andere irgendwie nicht mag ne du bist nicht das ding was ich gesucht habe so also nochmal ja ja du bist komplett voll du bist du voll weil die buffer einfach mal krass voll sind ok ja dann können wir das jetzt gerade zumindest nicht rausfinden ob es funktioniert wir machen das mal bei 25 prozent und 75 prozent so jetzt haben wir natürlich energie und die werden wir beim nächsten mal benutzen und ja bis dahin vielen dank fürs zuschauen bis zum nächsten mal servus du bist dein philosophischer historischer Jasmine für du du